Hallo und herzlich willkommen zurück bei Achtung Tür ist offen! State of Decay 2. In der letzten Folge haben wir ja angefangen den ganzen Idioten hier zu helfen, die wohl scheinbar nicht alleine überleben können. Ich bin der einzige der das wirklich kann. Ja, ich komme ja schon. Wow. Nein, die im Haus soll ich zu unten. Hey, komm her. Alter, wie viele viele sind dann noch? Noch mehr? Hey, Hausrübensbruch, ich rufe die Polizei. Bei was denn? Warte mal kurz. Hier ist noch irgendeiner. Hä? Irgendwann grüßt euch hier noch einer rum? Ja, geh mal raus, räum doch auf, Mann. Frohn Po! Komm mal her da. Du Feige, Mistzau. Ich hab gesagt, du sollst der kommen. Hallo? Kommst du raus? Hey, wir sind hier draußen. Hallo? Ist die alte wieder nahe? Ah, ne, da kommt der. Oh ja, doch, die ist nahe. Ja, dann durchsuch ich mal kurz das. Ah, fuck you. Das ist ein Benzinkanister, warum sind da Schrauben drin? Wo ist denn die alte? Hinterm Haus. Oh. Hä? Hör mal auf, jetzt wieder ums Haus zu rennen, alte. Willst du mich fertig machen? Hä? Ach, da stehst. Ah, danke. Könntest du mir rückenfreisen? Werde ich hier die Ente blündern? Ich werde mich erklärlich sein. Klar, kann ich machen. Oh, hier mal zu. Ich mach mit, ich blünde auch ne Runde. Plünderteim. Du, 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 du. Kochbuch? Ne, brauche ich auch nicht. Krug mit Ethanol. Oh, eine. Hä? Die alte mich verarschen? Schnauze. Oh, fuck you. Was wollt ihr denn noch alles? Hey, meine Zombies. Ich dachte, du wolltest blündern. Schau, das ist deine Scheiße, Max. Wo kommst du her? Ah, fuck you. Schnauze. Und Tür zu. Hier zieht's. Ich mein, bei den ganzen Ofen und Fenstern bringt's wahrscheinlich jeden, nicht so. Ja, kick den mal. Boah, wo kommst du her? Hä, meinst du mal so größer bist du wie ich? Ja, komm her. Entschuldigung, kein Einlass. Hehehehe. Wirklich? Behinderte Zombies? Wow, 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 wow. Alter, wie viele kommen denn hier? Alter. Hast du mal deine Ausdauerauflagen? Die, 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 die. Alter, wie viele sind denn hier? Willst du mich verarschen? Äh, lass mich mal kurz hier raus. Oh, oh no, oh no, no! Oh, oh! I'm getting beat up here. This isn't good! Äh. Alter, ich werde die nicht sterben lassen. Sie hat nicht überlebt, ne? Ach ne, da sind die Sorgen. Wo sind die andere? Ist die gefreckt? Haben wir das jetzt geschafft oder ist die tot? Alter, wirklich, weil ich euch jetzt noch nicht geholfen habe? Hä? Ja, ok, leckt mich. Alter, was zur Hölle ist denn hier los gewesen? Ja, aber habe ich das jetzt geschafft oder ist die alte tot? Die liegt aber glaube ich auch bei dem Leichen dann, ne? Ha. Achso, Seuchenprobe. Warte, ich wollte das durchsuchen. Ok. Ja gut, wir müssen eh heilen. Alter Schwede. So. Wir müssen in die Stadt. Was ist denn das? Tobsüchtige. Achso, das sind die Schnellen, ne? Hä? Wo sind die? Oh oh. Warte, 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 warte. Was hat der meine Tür abgerissen? Oh scheiße, Mann. Ja Leute, wir sind gut. Wir sind alle in dieser Stadt, richtig? Kannst du ihnen zu stoppen, wenn ich mich immer nach dem Haus gehe? Kann ich helfen? Ja, noch nicht. Ja, mach den mal kalter. Warte mal, ist das jetzt das Haus da drüben, wo ich beanspruchen kann? Ich glaube schon, ne? Äh, warte, was wollt ihr? Irgendwas war doch jetzt mit euch. Äh, klar lauft doch weg. Ist wieder vermasselt, sie ging zum Auskundschaften hinaus, ist aber schon lange weg. Kannst du dann selbst, um sie zu finden. Gut. We'll agree. Dann muss ich hin? Da. Okay. Aber erst schau ich, dass ich die Basis hinten. Warum schickt ihr denn da ständig auch die neue raus? Alter, seid ihr behindert oder so? Du, 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 du. Du, 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 du. Scheiß Zielshupe. Hä? Achso. Ja, drück den Schädel platt, man. Oh. Ähm, warte. Dämlich, Idiot. Ja, ja, ich bin ja gerade dabei, Mann. Bloß die Frage, wie viel von diesem Puck rennt hier rum? Hallo? Ach ne, ich hab sie schon be... Waren es bloß zwei Zombies jetzt? Really? Ort nicht sicher. Okay. Also, Leute, wer von euch braucht aufs Maul? Oh. Finisher. Finisher. Naja. Naja. Okay, da oben sind blau der Viecher. Wo soll ich denn noch hin? Ja, glaub ich auch. Ah, warte. Ja, ja, ja. Ey, da geht's ja noch mal. Ach, scheiße, da geht's ja noch mal. Oh. Hallo? Alter, geile Ausblick, wenn du da... Ding hast, dann kannst du hier voll die Viecher abknallen. Hä? Oh-oh. Oh-oh. Kommt da noch einer drauf? Oh-oh. Fuck you. Ort nicht sicher. Ja, warum denn nicht? Muss ich erst zu machen? Du musst dieser Ort nicht sichern. Ich mein, die haben da drüben aufgeräumt. Gibt's hier noch irgendwo und so, wie der wo rumliegt? Ah, warte, die Küche. Kein Zeichen von Creepern hier. Jetzt hat... Ach so, ich hätte... Ja, fuck you. Restaurantküche, Aussichtspunkt, überdachte Betten, Parkfläche. Slots gesamt. Großer, drei kleine, drei kleine außen, ein kleiner innen, vier... Boah, geil. Bestätigen. Genial, man. Ach, mehr Betten? Basis. Überdachte Betten. Aufwerten, überdachte Betten, zwei, drei Betten, Anlagen... Und dann machen wir... Außenbereich, Innenbereich. Mach mal hier, mach mal. Nur mal überdachte Betten. Mach mal außen. Lager, die Restaurantküche ist im Arsch. Was ist denn das? Auffangraum. Aussichtspunkt. Kleiner Außenposten. Zack. Brennerei. Verteidigung und Versorgung. Regen-Collector bauen. Das ist die ganze Basis mit Wasser. Was brauchen wir noch? Eigentlich nennen wir so viel, ne? Sprengstoffe herstellen und auch mal reparieren. Hä? Wo? Wo? Ich weiß nicht, wie ich dir das erzählen kann. Muertos! Mach auf! Oh shit, wie viel sind denn das? Oh shit, wie viel sind denn das? Tötet sie alle! Tötet sie alle! Geiler Einstand, Einweihung. Ist ne Einweihungsparty, Mann. Boah, warte! Der Fette lebt ja noch! Warte, 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 Leute! Der ist ein dicker! Äh, ein Blutfussi, meine ich. Zack! Boah! Lass uns die Schlafen ein bisschen zu verhalten. Hab ich mein Auto geparkt? Drüben bei denen, ne? Boah, ich brauch sowieso Schlaf. So, rückwärtsch! Ah, da sind meine Parkplätze. Ja, nicht besonders gut eingeparkt, aber scheiß drauf. So, noch mehr Materialen. Ah, ok, hier ist... So, noch mal. So, noch mal. Ich hab's noch mal guter Sachen gebracht. Oh! Basses, Basses. Ist das schon gebaut? Cool. Äh, Gemeinschaft. Ach so. Moment, noch mal. Unverfügbare Betten. Zwei überdachte Betten. Drei. Die könnte man eigentlich upgraden. Kostet sechs. Garten hab ich keinen. Stellt ein täglich Lebensmittel her. Ach, das ist oben, ne? Ah. Lebensmittel, Außenposten, noch ein Außenposten. Wenn ich das upgraden würde, plus ein Außenposten. Soll ich ein Herzensuchen? Lager. Munitionsortieren, Benzinkarnister, Munitionsteile, Mods verwalten. Upgraden. Kostet zwei Leute. Momentan sind aber Arbeitskraft verfügbare Arbeitskraft. Plus eins. Ich bin jetzt auf die Betten aufwerden. Garten anlegen. Okay. Warte mal. Ich könnte eigentlich das abgeben. Das abgeben. Rest lassen wir. Nein, nicht einsteigen. Schau, dass du rauskommst. So. Hör auf. Jetzt halt. Das und das noch. Wir kommen nach Hause. Meine Wichtigkeit, dass du den neuen Passatleten kannst, ist die Herstellung neuer Ausrüstung. Ja. Ist mir schon klar. So. So. Das noch ablegen. Dann machen wir eins noch. Warte mal. Wo geht es? Wo geht es? Gemeinschaft. Zack. 47 Wunde, 71 erlittener Schaden. Geistesgegenwart. Disziplin. Erhöre die Ausdauer. Die Kapazelle vielleicht der Gegenstände. Waffenhaltbarkeit. Besonders verbrauchte Gegenstände. Machen wir. Spezialisieren. Kämpfen. Handgemenge. Schwertkampf. Erhöre die Tötungspositionelle mit Klingenwaffen. 10 A-Anlagen in deiner Basis gebaut. Die Hälfte war ja schon gestanden. Hallo. Mach das X-Box weg. Erhöre die Tötungspositionelle mit Klingenwaffen. Beinfeger freigeschaltet. Verbessern immer mal einen kleinen Waffenverringlich ausgeworfen für den Nachkampf. Äh. Machen wir Schwertkampf. Okay. Der Floyd hat was vor. Der ist aber immer noch verletzt. Jetzt müssen wir mal eins schauen. Glänzgemischt. Warte mal. Wir haben auch fast keine. Äh. Wie viel? 145 haben wir bloß, ne? Um was zu übernehmen brauchen wir 300. Das gibt das. Das gibt auch bloß Essen. Essen. Munition. Warte mal. Da unten war noch was, ne? Potentielle Ressourcen. Ja gut. Das können wir uns ja dann mal anschauen. Jetzt müssen wir erstmal wechseln. Die Winter ist mal wieder dran. Los geht's alde. Äh. Achso. Ja. Kontrolle übernehmen. Finde ich auf jeden Fall schon mal besser wie den restlichen Scheiß. Die hat noch ihr Rohr. Leicht bepackt. Dann brauchen wir einen 7er Rucksack. Munition haben wir genug dabei. Das passt auch. Kann ich die reparieren? 27. Wie viele habe ich? 200. Ja, ne. Das reparieren nützt jetzt hier mir gar nichts. Äh. Verwerten. Auf. Okay. Dann halt nicht. Jetzt müssen wir hoch. Weil da oben war doch glaube ich Aussichtspunkt, ne? Ja. Der da war ein Aussichtspunkt. Oder auch nicht. Also brauchen wir einen Turm zum Schauen. Boah, da hinten ist ein Seuchenherz. Da hinten ist auch irgendwo eins. Und ich glaube hinter uns ist... Boah, da hinten auch, Alter. Wir sind hier ja voll eingesperrt, Mann. Siehen wir irgendwo, wo die Aussichtspunkte sind? Da. Wasserturm. Wir müssen zum Wasserturm. Rutsch runter. So. Dann schlagen wir uns jetzt zum... Könnt ihr mal hier aufräumen? Schaut euch doch die mal an, ey. Betten haben wir genug. Boah, Alter. Da hinten ist ein Kreischer. Oh, das Haus ist infiziert. Ich habe hier einen Screamer. Ach was. 40 Schuss haben wir dabei. Wenn dieser Feral mich sieht, entschuldige mich. Ich muss schnell gehen. Dämliches Arschloch. Da ist der Wasserturm. Alter, der die Ausdauer geht echt langsam weg, ey. Sehr gut. Bis wir in diesem Ort bekommen, werden wir weiterverlösen. Wir machen das so. Ja. Mach ich das nicht gerade? Oder lass ich das nicht gerade? Ich muss resten. Ich hoffe, ich stürze nicht ab, Alter. Wenn das... Stop. Los geht's. Stan. Okay, Stan war hier. Stan Punkt. Also gut. Wir haben... Das haben wir alles. Das sollte es machen. Ich bin jetzt hier wirklich raufgeklettert und da... Ich bin jetzt hier wirklich raufgeklettert und mit... Das war die sinnloseste Aktion, was ich in dem Spiel bisher gemacht habe. Aber letztens hier in dem Spiel, Hey, Alter. Schon mal ein Rohrring in die Fresse kam? Das ist aber, wie ich wieder hinlegen? Herrzeit. Bam. Karte. Gemeinschaft. Okay. Die konnte sich nur nicht speziellisieren. Okay. Ähm... Wo geht's als nächstes hin? Da hätten wir noch einen Aussichtspunkt. Oh Da muss ich mich leider auch schon wieder verabschieden Die Folge ist Ist auch schon wieder zu Ende War ja jetzt eher Heimatbasis-Action Also gut, dann begleite ich mich Bei euch bis zu faun Zu faun, ne? Zu faun Geiles Deutsch Fürs Zuschauen und macht's gut, bis zum nächsten Mal